Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mit offenen Karten, die wir in London beginnen. Seit dem Sommer wirken die Streiks und Demonstrationen in Großbritannien, wo es eher selten zu sozialen Unruhen kommt, wie ein Weckruf für das übrige Europa. Denn das Land hat die höchste Inflationsrate der G7-Länder mit dem höchsten Preisanstieg seit 40 Jahren und es droht eine Rezession. Dabei ist das Land bereits seit mehreren Jahren im Krisenmodus. Corona, der Krieg in der Ukraine, Boris Johnsons Nachfolge und natürlich der Brexit. Das gibt uns die Gelegenheit zu untersuchen, wie es dem Vereinigten Königreich gelingt, sein Schicksal nun außerhalb der EU zu meistern. Der kürzlich zurückgetretene Boris Johnson wollte sein Land von Brüsseler Zwängen befreien und auf Amerika und die Länder des ehemaligen Empire ausrichten. Ob das gelungen ist, zeigen uns die Karten. Seit dem Brexit gibt es keinen freien Personen- und Warenverkehr mehr und für das Vereinigte Königreich gelten nun Kontrollen bei der Einreise und bei der Ausreise. Trotz der sehr konfliktgeladenen Brexit-Verhandlungen haben sich die beiden Parteien letztendlich in gutem Einvernehmen getrennt. Teil der neuen Partnerschaft ist ein im Dezember 2020 geschlossenes Abkommen über Handel und Zusammenarbeit. Dadurch wollte man möglichst viel des Handels in Höhe von jährlich 700 Milliarden Euro zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich beibehalten. Es gibt keine Einfuhrzölle oder Mengenbeschränkungen, aber wieder Kontrollverfahren und Verwaltungsformalitäten. Zunächst zu den Ausfuhren, wo es bisher nur wenig Änderungen gibt. Die EU ist nach wie vor bei weitem der größte Markt für die britische Wirtschaft. Bei den Einfuhren sieht das anders aus. Das Vereinigte Königreich hat seine Lieferquellen diversifiziert und ist neue Partnerschaften außerhalb der EU eingegangen. So sank der Anteil der Importe aus der EU von 53 Prozent vor dem Brexit auf 45 Prozent im Jahr 2021. Die USA und China haben inzwischen Deutschland überholt und sind nun die größten Lieferländer für britische Unternehmen. Aber wahrscheinlich sind vor allem die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt besonders spürbar. Dem Vereinigten Königreich mangelt es an Arbeitskräften und zwar aufgrund der Corona-Pandemie. 1,3 Millionen Ausländer sollen das Land seit Ende 2019 verlassen haben. Und durch den Brexit hat sich das noch verschärft. Denn nun brauchen EU-Bürger zum Beispiel aus Polen oder Rumänien eine Arbeitserlaubnis. Deshalb mangelt es in britischen Unternehmen an Bewerbern in Schlüsselbranchen wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe und der Landwirtschaft. Vor allem aber fehlen etwa 100.000 Lkw-Fahrer, weshalb es im Sommer 2021 zu Lieferengpässen bei Tankstellen und Supermärkten kam. Sechs Monate später begann nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine die Inflationsrate zu steigen und erreichte mit 10 Prozent im Sommer einen Höchststand seit 40 Jahren. Nun zu den Folgen des Brexit für die Finanzbranche, denn diese spielt eine Schlüsselrolle für London. Dort kam es nicht zum massiven Niedergang, den manche für den Finanzplatz vorhergesagt hatten, den größten Europas. Er konnte diesen Platz 2021 sogar behaupten. Zwar sind 440 Finanzunternehmen und 7.500 Banker, darunter einige der reichsten Trader, zum Beispiel nach Paris, Amsterdam und Frankfurt gewechselt, aber das ist wenig bei insgesamt 450.000 Beschäftigten. 2021 schufen die britischen Banken sogar 30.000 Arbeitsplätze, so viel wie nie zuvor. Der Finanzplatz ist vor allem für ausländische Anleger also weiterhin attraktiv. Auch in der Industrie kam es nicht zur befürchteten Welle von Produktionsverlagerungen. So konnte zum Beispiel Nissan den Bestand seines Werkes in Sunderland bestätigen und sogar den Bau eines Werkes für Batterien von Elektrofahrzeugen unweit davon ankündigen. Mit einem Wachstum von 7,5 Prozent im Jahr 2021 konnte die britische Wirtschaft den Folgen des Brexit zunächst standhalten. Aber im Herbst 2022 zeigt sie im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine Schwächen und es droht eine Rezession. Nun zu einem besonders heiklen Thema der Beziehungen zwischen London und Brüssel. Laut Handelsabkommen sollen die Fischer der EU weiterhin ihre Netze in der ausschließlichen Wirtschaftszone Großbritanniens auswerfen dürfen. Einer der fischreichsten Europas. Frankreichs Fischer erzielen dort ein Viertel ihrer gesamten Fangmenge im Wert von 171 Millionen Euro pro Jahr. Nur benötigen sie für das Fischen in den küstennahen Gebieten eine Lizenz, die sie nur bekommen, wenn sie beweisen können, dass sie dort bereits vor dem Brexit gefischt haben. Nach monatelangem Tauziehen wurden die 1100 geforderten Lizenzen schließlich erteilt. Rekordinflation, rückgängiger Handel mit der EU, Zollprobleme. Die britische Wirtschaft beginnt die Auswirkungen des Brexit zu spüren. Aber wie steht es über die nahe Zukunft hinaus um Boris Johnsons Global Britain? Sein ehrgeiziges Projekt sollte dem Vereinigten Königreich ermöglichen, ohne die EU weltweit zu glänzen. Dank der ehemaligen Kolonien und des Commonwealth durch die Eroberung neuer Märkte, insbesondere in Asien. Nur ist das nicht ganz so einfach. Als Ausgleich für den Brexit hatte Boris Johnson zunächst auf das wirtschaftliche Potenzial der 56 Staaten des Commonwealth gesetzt. Einer losen Verbindung meist ehemaliger britischer Kolonien auf fünf Kontinenten. Königin Elisabeth hatte den symbolischen Vorsitz, der nun an König Charles übergeht. In der Zwischenzeit schloss man Freihandelsabkommen mit Kanada, Australien und Neuseeland und man hofft auf eine Partnerschaft mit Indien, aber die Verhandlungen erweisen sich als zäher als geplant. Noch zeitigt die neue Ausrichtung also nicht die erwarteten Ergebnisse, denn zwischen 2015 und 2021 haben sich im Handel mit dem Commonwealth keine signifikanten Änderungen ergeben. Ein wichtiger Aspekt der Strategie nach dem Brexit ist auch die Ausrichtung auf Asien. Ein bilaterales Handelsabkommen wurde mit Japan geschlossen, aber Boris Johnson setzte vor allem auf einen Beitritt zur Transpazifischen Handelspartnerschaft, CPTPP, um zum Spitzenreiter des weltweiten Freihandels zu werden. Durch die Vereinbarung werden 95 Prozent der Zölle zwischen den Mitgliedstaaten aufgehoben. Japan, Vietnam, Singapur, Australien, Neuseeland, Brunei und Malaysia sowie Kanada, Mexiko, Peru und Chile. Sollte die Bewerbung Erfolg haben, hätte Großbritannien Zugang zu einem Markt mit 500 Millionen Verbrauchern, der 13 Prozent des Welthandels ausmacht. Komplizierter sind die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den USA, immerhin dem engsten Verbündeten. Sie sind seit Joe Bidens Amtsübernahme festgefahren, weil dieser Großbritannien nicht gegenüber der EU begünstigen möchte, trotz der traditionell engen Beziehungen zwischen London und Washington. Das Vereinigte Königreich sucht nicht nur nach neuen Handelspartnern, sondern möchte auch weiterhin eine große Rolle auf internationaler Ebene spielen, auch ohne die EU. Und dafür spricht einiges. Es ist eins der fünfständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrats, verfügt über ein Netz aus Überseegebieten und Militärstützpunkten, die ihm eine Präsenz in strategisch wichtigen Regionen sichern und möchte seine Seestreitmacht sowie seine Abschreckungskapazität von derzeit 225 auf 260 Atomsprengköpfe ausbauen, eine Premiere seit dem Ende des Kalten Krieges. Allerdings entsprechen diese Ambitionen nicht den geopolitischen Gegebenheiten. Denn obwohl Boris Johnson als erster der Ukraine im Januar 2022 vor allem Panzerabwehrraketen lieferte, ist das Vereinigte Königreich relativ abwesend beim Thema Ukraine. Bei den derzeitigen Bedrohungen in Europa könnte sich der Brexit als Nachteil oder historische Fehlentscheidung erweisen, denn die EU besinnt sich auf ihren Daseinszweck, ein Bündnis für Frieden und Demokratie, dem sich manche Länder nur zu gern anschließen würden, unter anderem die Ukraine und Moldau. Ein weiteres Problem ist, dass sich trotz britischer Weltmachtträume im Land selbst Bruchstellen aufgrund des Brexit ergeben. So ist die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland inzwischen wieder ein Thema, denn die gehört weiterhin zur EU. Dem Nordirland-Protokoll zufolge, das im Dezember 2020 unterzeichnet wurde, gilt der freie Warenverkehr und die Mitgliedschaft in der Zollunion für Nordirland, damit es nicht zu Grenzkontrollen an der inneririschen Grenze kommt. Denn das würde das Karfreitagsabkommen gefährden, das am 10. April 1998, nach jahrzehntelanger Gewalt zwischen den protestantischen Unionisten und den für eine Wiedervereinigung Irlands eintretenden Katholiken, geschlossen worden war. Allerdings schuf das Brexit-Abkommen quasi eine Grenze im Vereinigten Königreich durch die irische See zwischen Nordirland und Großbritannien. Dadurch sehen die Unionisten ihre britische Identität und ihre Zugehörigkeit zum Königreich bedroht. Nordirland versank in einer politischen Krise und die irisch-republikanische Sinn Féin stieg 2022 zur stärksten Partei Nordirlands auf, wodurch eine Volksabstimmung über die Wiedervereinigung der Insel näher rückt. Und der Brexit führte erneut zu Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland. In England hatten 53,4 Prozent für den Austritt, in Schottland 62 Prozent für den Verbleib in der EU gestimmt. Deshalb tritt die schottische Nationalpartei SNP als stärkste Partei im schottischen Parlament für die Abhaltung eines zweiten Referendums ein. Das Vereinigte Königreich ist zu seinem Inseldasein zurückgekehrt, macht seine ersten Schritte ausserhalb der EU und wendet sich seinem früheren Weltreich im Indopazifik und den USA zu. Trotzdem ist es nach wie vor auf den Kontinent angewiesen, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht und im Zusammenhang mit dem von Wladimir Putins Russland vom Zaun gebrochenen Krieg. Bleibt abzuwarten, ob die Mehrheit der britischen Bevölkerung weiterhin mit dem Inselleben zufrieden sein oder ob sie sich nach ihrer Verankerung im Kontinent zurücksehnen wird. Zum heutigen Thema empfehlen wir Englands Brexit und Abschied von der Welt, ein Buch von Volker Berghaan, erschienen bei Van den Hoogh und Ruprecht. Und in französischer Sprache den Atlas Geopolitique du Royaume-Uni von Marc Bailoni und Delphine Papin erschienen bei Outremont. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns und unsere geopolitischen Aspekte auf arte.tv. Bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017